so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es mal einen exklusiv test ja hier die fluit von tenen von tenen von leslie gekauft habe ich die bei your bureau.nl shop ist natürlich unten verlinkt es handelt sich hier um niederländisches kategorie 1 feuerwerk also lässt sich ganz normal wie man es kennt pfeiffontänen aber wirklich fontänen und nicht irgendwie nur so luftpfeifer jetzt hier in rot und im grün wir sagen mach mal zwei im hellen und zwei im dunkeln und fangen mal mit der grün hier an so okay der dach aber gut die sind aber nicht also schlecht sehen ich die waren schon ganz schön nur dass man ganz schön lange auf das pfeifen dann gewartet hat richtig schön jetzt den roten auch für bei your pyro.nl die sind richtig geil für kart 1 sind die top und die zwei machen wir jetzt gleich mal im dunkeln weiter geht es im dunkeln ihr seht alles dunkel hier und wir machen jetzt als erstes den grünen jetzt überhaupt schon mit handschuhen also richtig winter feeling hier alter Alter, ey, die sind so geil, Leute. Und als letztes noch den roten. Auf jeden Fall, wenn ihr dort bestellen solltet, äh, übel Kaufempfehlung. Wo ist denn die Lunte? Die ist da. Für 2 Euro oder 3 Euro? Alter. Ja, die grüne ist ein bisschen schwächer. Ja, leider kein Pfeifen. Aber ey, Leute, die Dinger sind richtig, richtig geil. Und ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bleibt dran und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.